Okay. Wir sind in Position. Roger, hier ist ein Luftpostpaket bereits in Zustellung. Brauchen wir nur eine Adresse. Los, markiert den Funkturm für uns. Der Turm ist oben auf dem entfernten Kamm. Achto oben. Ja, ist okay. Achso, mit B und Dingens. Die Nacken sind unterwegs. Roger, der Check ist in der Post. Wie gesagt, weil ich würde euch das halt ganz gerne zeigen. Egal, ob es nur gut geht oder nicht gut geht. Okay. Achso, das macht ihr alleine, okay. Na ja, danach werden wir auf jeden Fall die andere Mission nochmal spielen. Vielleicht ist die auch gesperrt. Vielleicht durchsuchen einen Vorpark. Gut. Hat er nicht gesagt, ich gebe mir von oben Deckung? Die Sau? Hat er nicht gesagt, ich gebe mir von oben Deckung? Hab einen, hab einen. Das gibt es nicht. Du kannst jetzt halt über das Pausenmügel zum Unterschlupf zurückkehren, okay. Ja, ich gebe dir von oben Deckung. Hm. Na gut. Wie gesagt, ich möchte das COD halt so viel wie möglich halt die von der Kampagne halt zeigen. Wie gesagt, das Game ist ja nicht allzu lang. Also wenn ich da jetzt komplett durch rushen würde, ist ja auch irgendwie nicht so gefühlt in der Sache. Weil ich hab's ja mir schon ein bisschen erschwert, bisschen länger gemacht, dass ich halt auf Sölten halt spiele. Und nicht nur auf normal. Also, was ist das? Soldat oder sowas. Weil ansonsten wäre ich hier relativ schnell durch. Ja, von daher. Hat er. Bumpmien, Splittermien, Munition. Oh, hei. Weil ich hab die, wobei so überhaupt nicht gesehen. Oh, hallo. So, zack. Die Frage ist, wann gilt hier was als durchsucht. Suchen, suchen, suchen. Okay. Ja, ist okay. Oh, ich muss nachladen. Warum muss ich denn nachladen? Was soll der Mist denn? Oh fuck. Na, ist sauber. Daneben vorbeigeschossen. Du bleibst hier. Geh mal aus der Bewegung raus. Geh mal aus der Bewegung raus. Rausschießen. Immer in Bewegung bleiben. Immer aus der Bewegung rausschießen. So, zack. Ja. Also, das Ding hat mir gerade wirklich hin. Arschi rettet. Schade. Alter, du hörst überhaupt keinen Mann. Oh man, ey. Das Nachladen dauert schon mir. Mir ehrlich gesagt viel zu lange. Die sind alle tot. Mal schauen, von wo sie alle kommen. Und hundertprozentig ist er da auch nicht drin. Und ich muss den ganzen Weg nochmal zurücklauen. Hör du mir. Wie gesagt, Wurz ist auf jeden Fall kein guter Partner. Alter, bis der mal so irgendwelche Leute ausgeschalten hat. Dauert es halt eigentlich viel zu lange. Oh, ein Asi juckt. Jetzt ist der Typ da hinten, oder was? Okay. Na gut. Ich weiß nicht, ob er das jetzt ist, der da mir irgendwie helfen möchte. Na gut. Jetzt hat er mir wenigstens mal geholfen. Mal, ja. War schon genau richtig ausgedrückt. So. Gut, wir warten mal kurz. Wir laden mal nach. Vorstoß. So, und mal gucken, ob das auch wirklich die Leute waren, die ich da anmarkiert habe. Ja, ist okay. Die kriegt ihr. Okay. Das ist aber cool gemacht. So. Einfach von da aus können sie mich einfach ranholen. Ein paar Minuten. Krieg jetzt noch einen Minuten-Countdown und die Scheiße ist richtig, denn da haben wir oder was? Doppel. Also bis jetzt, solange sie nicht von hinten oder sowas kommen, ist es eigentlich... Oh, shit. Doch nicht mal so easy. Ja, nein, ehrlich. Hätte ich jetzt... Wie? Okay. Also das Quick-Scoping ging auf jeden Fall nicht gerade. Hat er ihn geholt, ja. Alles klar, wo kommt die denn jetzt hier? Hey, ich höre den Heli, ich sehe ihn aber nicht. Macht für mich gerade irgendwie so null Sinn. Weil ich den Heli höre, aber den ich sehe. Ach doch, da. Ich bin mal gespannt, ob es funktioniert hat. Ja. Kommt hier noch. Ah, okay. Es ist auf jeden Fall eine Cut-Szene. Geile Cut-Szene. Ja, weiß ich jetzt nur, ob es richtig war oder falsch war? Schlechtig ansehen. Nein. Also Sims Einweisung abspielen. Könnt ihr die jetzt nochmal spielen? Ja. Du hast mich... Okay, das war... Okay, gut. Naja. Operation Chaos. Mission starten. Ja, mein Gott, ist halt so. Ich kann es halt gerade nicht dechiffrieren. Machen wir einfach. Okay, ich sag Mason und Woods, dass wir soweit sind. Sie werden sich darum kümmern. Laut unserer Quelle ist Eldridge durch Colorado nach Süden ins nördliche New Mexico unterwegs. Dort werden wir seinen Wagen abfangen. Wir lassen nicht zu, dass ein Ex-CIA-Agent eine Spionagefabrik für Perseus leitet. Begraben wir das Arschloch. Hundertprozentig hätte ich es dechiffrieren können, weil ich habe ja die Zahlen da aus dem komischen Schreiben. Aber naja, weiß man ja nicht, wie viel. Na gut, ich hätte es vielleicht durchtippen können. Aber das ist auch wieder mehr... Ja. Try and Error und sowas. Ich fasse es nicht, dass Eldridge die CIA verraten hat. Ja, das ganze verdammte Land verraten. Phoenix 2-4, hier ist Phoenix 2-1. Ankunft in 30 Sekunden. Es geht los, Max. Wir laden uns bereit. Die Kugel ist in einem der Wagen. Wir gehen heiß rein. Achte auf Flüchtige. Wir blockieren den Konvoi. 2-1, Feuerschutz geben. Einfach mal reinhalten, ne? Ist natürlich auch nicht schlecht. Die Frage ist halt... Na komm. Oh, das war knapp. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich will nicht hier abkratzen. Holy shit. 580. Fuck. Ach, kaum schon, Mann. Das war eigentlich gar nicht so. Ja, ja. Warte mal, von wo, wo ich denn schon... Hä? Ich weiß nicht, von wo ich angeschossen wurde. Also ja, von draußen. Das ist mir schon bewusst. Frage ist halt, kann er... Kann er abhauen? Also... Beziehungsweise, sagen wir es mal anders. Kann ich zu langsam sein? Ich glaube nicht. Ich würde zumindest mal so sagen, dass ich... Das ist wahrscheinlich... Dass ich wahrscheinlich genug Zeit habe, da hinzukommen. Hoffe ich mal. Ja, entspann dich mal. Okay, das... Okay, gut. Na? Oh, das Wurz. So. Ja, ja, ist okay. Keine Nacht. So. Ja, ist okay. Ich... Ja. Ist aber, wie gesagt, ist geil. Man wird wahrscheinlich... Vielleicht auch Sachen erleichtert bekommen, wenn man halt... Äh... Diese ganzen Sachen macht. Vielleicht... Ich weiß nicht. Ich hoffe mal, dass ich halt bei dem anderen die richtigen Leute gehabt habe. Ausgewählt habe. Das kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das Spiel uns das vielleicht noch... Oh. Irgendwann sagen wird oder halt nicht. Ich hoffe es mal. Nichtsdestotrotz. Frikatschluck auf. Unangenehmes. Ähm. Nichtsdestotrotz hat man auch... Was heißt auch? Hat man hier ähm... Verschiedene Endings. Vorstoß. Sicher ist sicher. So. Nichtsdestotrotz, man hat hier verschiedene Endings. Je nachdem. Ja. Je nachdem, wie man wahrscheinlich... Also, auf die Scheiße. Hab das Foto. Gut. Verpissen wir uns von hier. Halt, wie man sich entscheidet. Ähm. Wahrscheinlich, wie viel wir nehmen müssen. Ob man die Neemission und alles sowas macht. Hör? Ach nein. Interessant, dass die Freunde haben. Ist doch klar. Dass der Typ schon beschützt würde. Macht schon Sinn. What's, ne? Ähm. Dreck. Achso. What's? Dreck. 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 Dreck.